Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play The Walking Dead. Letztes Mal sind wir zum Skilift raufgewatschelt, haben zwischendurch noch ein Mensch erschossen. Aber wir wollen jetzt gucken, was wir jetzt so in der Ferne sehen und wo wir hingehen könnten. Was sehen wir? Eine Kreie. Äh. Nö. Warte, da kommt doch einer, oder nicht? Da ist gerade einer gekommen. Ich kann den Bruch sehen. Warte, ich sehe etwas. Was ist es? Ein Licht. Aber warte, da ist noch etwas. Luke! Oh oh. Luke! Oh oh. Das sieht nicht gut aus. Was ist das da hinten? Das gefällt mir mal so gar nicht. Es ist nicht gut aus. Es ist ein Licht. Wer ist denn? Sie versuchen uns zu robben? Entschuldigen Sie Honey, aber ich sehe eine Affung Cadaver. Gut, alles. Hey, Mann. Du wärmerst den Schein. Sarah, komm nach mir. Just erzähl uns, wer du bist. Wir nicht hier zu robben. Nöpferung. Fuck das. Woh, 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 woh. Please, einfach machen, was er sagt. Nein! 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 Ich nehme das als Ja. Diese Leute mit dir? Wir können innen sprechen. Great, ich habe gerade Abendessen angefangen. Ich bin sicher, dass du dich nicht interessierst. Es wird bald fliegen. Bitte, komm in. Alter Vater. Geil. Kenny! Ich bin sicher, dass wir die Kraft aus dem Wind Turbine bekommen haben. Wir versuchen, die meisten der Lichter wegzunehmen, um zu vermeiden, zu vermeiden. Aber nachdem wir diese Sachen gefunden haben, wir können nicht resistieren, um eine Exception zu machen. Was ist lustig? Oh, nichts, Walt. Walter ist ein wunderschönes Mann. Er macht einen wunderschönen Kuchen, auch. Na, warum nicht ihr beide zusammen mit, während ich ein Essen starte? Bitte, mach dich selbst zu Hause. Du kannst du deine Sachen da weg. Wir werden. Wir werden. Ja, ich stehe mit meinem Wunderschönen. Danke. Du bist unsere Lieferung hier. Es gibt keine Wunderschönen. Es gibt keine Wunderschönen. Sag ihn, dass er seine Schäuhe unterhalten. Kenny. Du solltest dich für diese Leute, Clamp? Wenn du mir sagst, dass sie gut sind, dann bin ich... Wir. Du bist derjenige Schäuhe mit der Schäuhe, Mann. Sie sind cool. Ich bin meinst. Dad, schau! Das ist ein Christmas tree. Nicht jetzt, Sarah. Das ist nicht toll? We found it all in storage. It's amazing. Good. If you all follow me, I'll show you where you can sleep. Okay. Awww, schön. You're still wearing this dirty old thing, huh? You know, I half expected to see Lee walk up next to you. You guys were like two peas in a pod. Oh, shit, I didn't mean to... It's just hard not to think about it, you know? Hmm. So, where'd you end up? I was with Krista and Omid. Omid? Well... Krista and I were together for a while. But these guys caught us. She's gone. What? Sounds like it ain't been easy for you. I'm sorry, darling. I wish I could have found you sooner. Krista told me you were dead. I am. This is all the dream. Sorry, bad joke. Krista got in a hell of a mess. I gave her a hand and then it got messier. For a minute there, it wasn't looking too good for old Kenny. Long story short, I got lucky. Real lucky. Spent a long time alone after that. It, uh... And then I met Sarita. Thank God. Gosh, it's great to have you back. You two catching up? Clem, this is my girl, Sarita. Ain't she beautiful? Nice to meet you, Clementine. Hey, Walt, where's Matthew? He's still out there rooting around? Of course he is. Well, I'll start dinner. Carlos, right? Mind if I steal your daughter for a secret mission? Stay inside, sweetie. Can we do anything to help? Could use a hand outside. We've got a lot of supplies to bring in before that storm hits. Sure. Clem, why don't you help Walt with dinner? Okay. Machen wir. Hey, Clementine. Settling in well enough? Yeah, thanks. Excellent. Want to help me prepare a little dinner? So how do you know Kenny? He and Sarita have been a huge help. Matthew and I barely knew what to do around here the first week. But Kenny, he never slows down. We're old friends. I met him after it happened. When he was with Lee? Yeah, he only told us a little. Connecting with people is so important. I don't know what I'd do without Matthew. Gosh, you remind me of my students. I can't imagine what it's like growing up in the middle of all this. It hasn't been easy. I can imagine. It's hard enough as an adult. Hmm. Hmm. Almost done. Would you do me the honor of tasting the first course madam? What's that? Mahamba. Looks great. It looks like mush. No, it doesn't. As an artist, there's nothing I like less than a friendly critic. Huh. Striking resemblance. Peaches. Anyway, I'll take it from here. Look around the lodge. Machen wa. Look at Peaches. Yeah. Yeah. Sind halt, äh, für sich hier. CD. Okay. Hmm. Crazy. Komm. Tu rein. Das es mir an der Schule an der Schule. Es ist mir an der Schule. Es ist mir einfach so, als man das gesehen hat. Es ist mein Lieblingsherr. Das ist wie, als würde hier nix sein. Okay. Ich bin so glücklich. Hat er gesagt etwas über ihn vorhin? Nein. Er wird nicht darüber sprechen, bevor ich ihn erinnere. Oh. Alles braucht ein bisschen... ...coaxen diese Tage. Perfekt. Jetzt brauchen wir den Topper. Wir hatten immer einen Angel auf dem Tisch. Meine Familie hat nicht Weihnachten. Aber ich liebe die Decorations. Okay. Find a Treetopper. Also sowas wie einen Stern obendrauf oder einen Engel oder so. Okay. 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 I will. Okay. 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 Das ist verrückt. Warum würde sie uns so weit folgen? Wir können nicht sicher sein. Es ist eine Woche, Mann. Wir müssen uns aus den Wald gehen. Wir können nicht sicher sein. Sie könnten uns schrauben. Schrauben? Wer sind sie? Ninjas? Clem, Luke sagte, dass du ein paar Leute in der Valle gesehen hast. Leute? Da unten? Wie? Sie hat binocular, Genius. Ich habe die Licht. In welchen Weg gehen sie? In den Wald. Wir können keine Chance nehmen. Wir bleiben am dawn. Aber wir sind hier sicher für heute, nicht wahr? Clementine, du sprachst mit dem Mann Walter, nicht wahr? Was hat er gesagt? Du hast ihn nichts über uns erzählt, hast du? Wir müssen uns bemerken. Sie könnten sich etwas schrauben. Wir sprachen über Kenny. Kenny ist der loud man mit dem Beard? Ja, das ist er. Schau, ich weiß nicht, was dieser Mann gesagt hat. Wir stehen hier heute Abend. Sie sprechen einfach mit dem Rest. Sie glauben dir. Wir sehen, was du herausfinden kannst. Ich gehe nach Luke. Lieber, ich fühle mich nicht so gut. Beck, was ist falsch? Ich brauche nur etwas, um zu trinken. Du hast es. Ich werde gleich zurück. Okay. Können wir jetzt mit der Reden? Kennen wir. Geil. Und den Engel. Geil. Sie sieht so cool. Schön. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. Sie wissen, wenn du hierher bist, der Ort ist ein echtes Haus. Matthew und Walter sind fantastische Leute. Wirklich, das ist gefährlich. Aber sie helfen können. Sie sehen, dass du mit Matthews kennengelernt hast. Er ist ein wirklicher Charakter. Der erste Mal er hat mich erinnert, er hat mich Rita. Ich liebe ihn jetzt jetzt. Was ist Matthews? Oh, er ist ein ganz schönes Mann. Ein bisschen kleiner als Walter. Er muss bald wieder zurück. Klem, ich wollte dich fragen. Kenney ist anders zu dir? Ich wusste ihn vorher nicht. Und ich bin gespannt. Er hat gute Tage und schlechte Tage, wie alle anderen. Er ist ähnlich wie Kenny Kenny als ich. Oh. Das ist gut. Sie drei sind beschäftigt. Kenny, das ist nicht großartig? Ich habe ihn. Ich denke, ich kann es schaffen, Ken. Ich habe gesagt, ich habe es geschafft. Okay. Er muss immer den Mann spielen. Aber ich werde dir sagen, als ich ihn kennengelernt habe, er konnte nicht fliehen. Warum gehen wir nicht, ob deine Freunde bereit sind, Clementine. Sie sind gut? Ich habe nur ein bisschen Angst. Ich kann nicht selbst selbst auswählen. Wie soll ich ein Kind auswählen? Ich meine, wie kann jemanden jetzt? Ich denke, es ist möglich. Wie Sie wissen? Na, ich bin noch hier. Ich weiß, es wird schwer. Aber in dem Moment, ich fühle mich ein bisschen weniger Angst. Weil ich weiß, dass egal, was passiert, ich werde zu treffen, jemanden neue. Sie ist krank. Willst du hören? Das Essen schmeckt gut. Hm. Kann ich? Sie wird ein Geist. Hm? Sie wird ein Geist. Sie wird nicht sein. Wie wissen Sie? Ich mache es. Wir haben so lange versucht, und dann, wenn Alvin herauskommt, dass er mich auswählen wird. Ich weiß nicht, was zu tun. Ich kann nicht glauben, dass ich eine kleine Mädchen für ein Geist. Er wird dich nicht töten. Da ist mein Mann. Bist du okay, Baby? Ich bin okay, du big dog. Ich brauche nur, etwas Essen zu bekommen. Danke, für dich mit ihr, Clem. Gut, alle? Das Essen ist serviert. Kommt, wir essen. Ja gut, was uns jetzt gleich erwarten wird, sehen wir dann morgen in der nächsten Folge von Let's Play The Walking Dead. Ich sage bis morgen, haut rein, ciao.